Herzlich Willkommen zurück meine Freunde zu einem neuen Video FF7 Rebirth. Wir machen jetzt Nebenmission Beistand. Ergo heißt das? Was? Genau. Mogrihaus. So. Jetzt habe ich fest, ich werde entmutet. Zulie ich bloß für, wenn ich die Anmoderation mache. Okay. So, wenn ich an die Anmoderation mache. 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 So, und ich ahne schon wieder. Wir müssen ja bestimmt wieder kleine Markkriegs fangen. Was ist das so passiert? Fälliger Pugel. Haben wir noch nicht analysiert, ne? So, wenn ich an die Anmoderation mache. Ein Ungeheuer, das äußerlich einem Fische ähnelt und Küstenregion lebt. Es ist extrem schau und spuckt. Hypnotischen Schaum, um sich vorab zu schützen, nutzt die Elementarsprecher. Fische ordentlich mit irgendwoher so ein Schocker. Das war's. Weiter geht's. Beistand. Eins. Mokri. Der Tropenmokri. Ah. Das ist schon ein Verstecke spielen, wenn du sowas willst. Natürlich bin ich jetzt kein Holz mehr. So muss ich mit die geilen Armreife mehr stellen können. Nein. Du, 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 du. Bitte sammle meinen kleinen Racker ein, Cupo! Schaubernackstube 3. Moki Molala. Ja. Mokuuu. Ah, das erste Bombenhallen. Ja, keine Bock mehr. Hast du keinen Bock mehr? Nee. Ich warte nicht, was ich machen soll. Geh mir voll auf den Sack. Na, ich fang gerade Mokris. ja die sind auch jetzt ja das wird ja denn du sitzt ja so eine reihenfolge drücken da wird es ja irgendwann geld dann musst du es ja öfters drücken bis weiter geht aber hier wird es auch mal grün aber die erklären nicht warum oder was ich ja machen soll erschießen die jetzt weiterbomben und ihr zeigt obwohl die an den bogen sind ja gut schaffen muss ja bloß ein fangen dann warst du eigentlich die es fallen hintergeladen das kostenlose ja weil ich eigentlich gespielt weil ich machen also was die selber ausrede wie ich wir sind einfach perfekt noch mal alt wir müssen arbeiten wir haben kinder wir haben familie und haben eigentlich kaum zeit für die ganzen kein spiel genau deswegen wenn man den ganzen tag arbeiten ist hat man doch keine zeit für die schönen dinge im leben das so hat es Niedlich, oder? So. Oh, ja. Geheime kunst der Ninja. Handbuch der Schusswaffen 2. Bis demnächst, Kupo! Ja. Ja, ihr Lieben, das war in Lichtgeschwindigkeit unseren Mokri abgearbeitet. Man muss ja sagen, ich hatte, ich glaube, die letzten Filme relativ kurz an. Wir waren mal sehen, ob das noch schwerer wird. Mal gucken. Ihr könnt auf jeden Fall hier oben jetzt gerne ein Abo auf dem Kanal dalassen, damit ihr keine Videos verpasst, weil das Spiel wird auf 100% durchgezogen. Und in dem Sinne würde ich sagen, für die Folge haben wir es erst mal wieder Gehehehehehehe. Schau! Oben Ecke, Abo, da ist Bescheid. Grüß bis zum nächsten Mal.